Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs erinnern. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Erinnert. Erinnerte. Hat erinnert. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich erinnere. Du erinnerst. Er erinnert. Wir erinnern. Ihr erinnert. Sie erinnern. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich erinnerte. Du erinnertest. Er erinnerte. Wir erinnerten. Ihr erinnertet. Sie erinnerten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe erinnert. Du hast erinnert. Er hat erinnert. Wir haben erinnert. Ihr habt erinnert. Sie haben erinnert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich erinnert. Du erinnerst. Er erinnere. Wir erinnern. Ihr erinnert. Sie erinnern. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich erinnerte. Du erinnertest. Er erinnertest. Wir erinnerten. Ihr erinnertet. Sie erinnerten. Den Schluss macht der Imperativ. Erinnere du. Erinnern wir. Erinnert ihr. Erinnern sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb erinnern. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video.